einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu einer neuen folge von lambos jack dynasty schön dass ihr dabei seid es gab ein neues update es sind kräuter rezepte alles hinzugekommen von daher lasst uns die zeit genießen einmal kurz schauen da benutzen ihr seht eine grundlage rezepte einzigartige rezepte bräuterbücher gibt es kochbücher all das die rezepte hier steht auch drin was es dementsprechend macht sehkraft schlafen guckte alles in ruhe durch dann gibt es hier kommen mehr rezepte wenn er dann doch mal eine dame überzeugen wollte und hier die grundrezepte ja mit fehlt äpfel fehlt hier zur finie dose können wir machen mit sicherheit dann auch mehr raus und das ist ja das wort was wir machen wollen können jetzt hier 33 34 produzieren sagt hier wir lernen wo sind der keller so auch gefüllt sein da gehen wir jetzt gleich hin das ist alles neu wie gesagt heute ohne kämen da ich jetzt heute am spielabend haben der natürlich auch digital stattfindet somit ist die kamera schon eingesetzt dafür okay schon jetzt mal da seht das hammer ne kartoffeln alles hier aber ich glaube für nichts ablegen oder also mittleren wo könnten wir es jetzt hier rein legen denn hier raus kocht unsere dame wenn wir später eine frau haben uns dementsprechend auch essen das ist nice wie gesagt wir kochen einfach oben ich weiß gar nicht wir können ja mal testen ob wir auch mit dem was hier unten ist dann kochen können packen jetzt mal alles rein alles bewegen zu habe ich dann jetzt hingepackt bewegen zu alles noch reinpacken ich alles deshalb gleich doch noch was daraus kochen werkzeug ist das dann gibt es neue brüchte das ist leider gerade nicht auch für das gewächshaus daher ist jetzt kräuter sind halt dazu gekommen dass noch mehr gesagt okay es fehlt alles also wir können uns nicht daraus bedienen wir müssen dann auch kurz mal testen einfach aber ganz nice das heißt wir können das alles unten schön lagern müssen sie nicht mehr mitführen vielleicht sehen wir auch was am gerät geschoben es gibt ein paar backfixer da müsste ein man selber im gelesen unter neuigkeiten ist das einfach diskussionen und dann neuigkeiten das läuft alles die milch wurde zum beispiel günstiger mal aus der zeit weil man so halt nicht kaufen kann einfach mal selber noch zurzeit nicht produzieren kann ich mache es mir doch mal ganz kurz auf was wir da an links haben an änderungen von daher einmal ganz kurz wo haben wir es denn ja 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 zack zack die man natürlich gerade sogar geht auf diskussionen und dann auch neuigkeiten dann klicken wir den letzten kommentar oben an mehr probleme mit von vierern also kiefern wurden behoben berechnung durch in 2d durchgeführt upload da sind wir ganz kurz gewächshäuser setzlinge icon gemäß ihre inventar symbol speise kann man jetzt voll mit zeug speise kann man lagerung in den tag funktioniert nun man kann jetzt auch wenn man kein geld hat unten rein ich muss kurz das ändern so man kann jetzt auch in dies hier unten rein spiele information auch wenn man kein geld hat vorher da wohl immer geprüft ob man 200 euro hat der preis mit dem eier in den läden wurde gesenkt da der spieler dies noch nicht produzieren kann wenn diese nun billiger zu haben acht verschiedene kräuter zwei kräuter sind zutaten mit elixieren und lotion das heißt man kann auch nicht nur kochen sondern auch wirklich durchgehen und sowas machen da lest euch das am besten mal selber durch was die das ist ellen lang kochfunktion und so weiter tschuldigung dann gab es seit update 43 c hat sich ein bug eingeschmuggelt der das steuern von ladern für stämme übers schwierig übrig übel schwierig macht überaus schwierig macht so die kamera bekam zu viel reilauf okay habe ich jetzt nichts in verbindung aber wenn es fehler behoben so gut verbessern textur der schafe eigene gewässer bücher bäume in der welt wurden gefixt ich muss mal ganz kurz zur türe so das tut mir leid das ist jetzt klingelt so weiter geht's npc angeln behoben also da waren die npcs mit rücken zum wasser haben geangelt okay externe fahrkamera wurde verbessert also sind viele kleinigkeiten auch aber wir können jetzt kräuter sammeln was auch müdigkeit was nahrung betrifft durchgehen sowas ist er wahrscheinlich mit sicherheit zum verkauf und ja da bin ich halt richtig froh dass es endlich kommt damit kann man ja auch noch was tun und muss nicht 14 tage irgendwie durchschlafen das heißt wenn wir jetzt hier reingucken essen da ist nichts essen drin also nicht drauf drücken so wenn man die hier alle rüber holen natürlich auch was wir da schönes rauskriegen kräuter schauen wollen wir auch noch mal heute machen vielleicht schaffen wir haben ja wie er festgestellt habe schon viel holz gemacht ein paar sind sogar noch hinter mir vom fortschritt aber sehr viele auch vor mir was jetzt kein ja keine bewertung ist sondern einfach freut mich persönlich weil ich denke durch die aufnahmen ist man halt nämlich weiterhin so jetzt haben wir hier die einzigartige rezepte müssen herausfinden jetzt haben wir hier hautlotion heute shampoo auch mal honig für beinhalten heute einzigartige nacht hat dieses erst mal ordentlich so 100 fuchs so wir wissen dann alles so heute trank nur weil kräuter shampoo nicht unbedingt kräutertrank ist noch gut verkaufen bestimmt revolution und da gebirgstrank werden stärker männer der welt werde der stärkste mann der welt noch stärker buchstrank arbeite arbeite klug nicht hat okay ein hunger und ein bedürfnis nach schlafen ja auch hier ist auch nicht schlecht nur der sonntrank hier der ollen trank verbessert ist in 80 nacht die nächtliche sehen auch wo haben wir noch nix das bleibt erst mal das noch mal schön hier hier kochen wir machen kürbissuppe zum ersten kürbissuppe zum zweiten und kürbissuppe zum dritten und was wir noch ich in öl machen so der fisch war 15 glaube ich näher werden was machen wir daraus jetzt ich bin gespannt seht ihr euch nicht mehr ich weiß nicht mehr das fenster ist da drüber ok jetzt haben wir den fisch 35 das so nice oder hier 32 25 aus pilzen denn auch was machen da stand nix mit pilzen oder fisch und soße wäre es noch gegeben auf der eier paprika mit pilzen gibt es nix wahrscheinlich sind ja eher so rezepte hier vier pilz vier pilze ok da weiß ich hab da noch was kommt ist auf jeden fall schon mal nett das heißt wir können jetzt auf jeden fall damit unsere nahrungsstelle auffüllen 25 32 und ich würde jetzt mal vorschlagen wir fahren mal zum verkauf wie das da aussieht da ist christine kommt zum 1 das heißt da das heißt da 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 so das bestes nehmen wir auch noch mal mit sind noch nicht nur drei so haben wir dann geht's los ich hab das ja immer noch nicht weg gemacht ok weiter 11 minuten einsteigern ganz schlechte idee mit dem bombard aus der garage fahren und los m wie soll man hier na so aufschlitter sein willkommen in meinem laden Was bietest du in deinem Laden an? Achso. 1,2, ok. 8,4, 8,1,6, ok. Das sieht jetzt erstmal nicht nach viel an. Mal weiterfahren. Mal sehen, ob die komplett gleich sind. So, und los. Ja, so ein bisschen bin ich auf heißen Kohl gerade. Aber das Update, das wollte ich euch einfach zeigen, dass es endlich geht. Nicht, dass es endlich geht, dass wir halt ein Update haben und dass wir Kräuter machen können, dass Rezepte... Oh, hier war noch eine, oder? Das wäre noch eine gewesen. Hinten vielleicht, ok. Da können wir ja mal kurz hinfahren. Hier fährt ein schönes Mädchen. Hier fährt gar niemand. Hier fährt niemand. Es gibt mehr Stürche als Babys. Da fährt jemand. Die Post. Ah, ich hoffe, ihr habt kein Pro-Paket für mich bei. Aber die waren übrigens auch gerade 100 Türen. Was für ein Zeichen. Okay, noch um... Kein Kilometer mehr. Gucken wir mal da. Gucken wir mal, ob es ungefähr die gleichen Werte sind. Ähm... Ihr könnt natürlich dann nochmal alle Verkaufstelle anfangen. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob überall der gleiche Preis ist. Das ist jetzt Nummer 2. Ehm... 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 Der ist ein Laden. Wer ist denn hier im Laden? Ähm... Da ist der Laden drin, ok. so Hallo, komm näher. Ich bin mir sicher, dass du etwas findest, das dir gefällt. Das stimmt. Was genau verkaufst du? Hauptsächlich Nahrungsmittel. Frische Lebensmittel aus unserer schönen Gegend. Pilze und Fisch. Ich kaufe auch an, also komm zu mir, wenn du welche hast. Wie läuft das Geschäft? Ehrlich gesagt könnte es besser laufen. Ich habe ein Stück Land, dieses Hotel und den Laden gekauft. Ich habe Touristen erwartet, sobald sie die Sprungschanze fertiggestellt haben. Viel Geld. Jetzt sieht es für mich aus, als würden sie die Schanze nie fertigstellen. Wie kommt das? Ich erinnere mich an drei Firmen, die versucht haben, den Komplex fertigzustellen. Keine bekam eine Genehmigung. Das Bürgermeisteramt blockiert alles. Ich weiß nicht warum. Ich hätte das Hotel vor einem Jahr verkauft, aber natürlich wollte es niemand haben. Also handele ich jetzt mit Fischen und Pilzen und warte auf bessere Zeiten. Mit den Pilzen, okay. Möchtest du handeln? Ich bitte dafür achten. Das ist schon mehr, glaube ich, ne? Das ist das Gleiche hier. Fisch. Fisch habe ich schon gar nicht anguckt. Auf jeden Fall gleich. Wir hatten mal jemanden, der Konserven kauft, aber... Das nützt nichts. So, wir fahren das jetzt alles erstmal ins Lager. Wenn ihr da einen Tipp habt, ob irgendwo Konserven mehr geben, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal zurück. Wollen wir hinterher was Neues? Ne. Würde ich jetzt kaufen? Mal gucken. Was hätte dringend gestanden, glaube ich. Ne, ne. Auf den warte ich, ne? Das ist ja schön. Aber ich glaube, da brauchen wir mehr Geld, von daher. Wir können die sich noch ein bisschen Zeit lassen. Wir müssen, glaube ich, ich nehme sie hier nicht rein. Keine weiter. Jo. Eine weiter. Ja. Aber was wir machen können, hier ist ja so bald. Aber noch ein paar Minuten haben wir ja noch, ne? Ihr habt ja nicht alles, ne? Zack. Äh, das ist nirgends was. Alles nicht. Ich will nicht aber ein Stück kaufen. Kann ich nicht mehr woanders gucken? Ne. Oder ist das kein wirkliches Weißstück? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kriege ja noch nicht mehr Pilze, ne? Ich muss nur mal schauen. Ich habe immer gemäht. Ach, da, guck mal. Ist das jetzt Erdbeeren? Ach, wir haben das erste Kraut. Essen? Hier. Okay. Wir können auch hier Räuter mitnehmen. Pilze. Pilze. So, das heißt, Kräuter gibt's. Kräuter gibt's. Und Krautsäden. Und Krautsäden. Da gibt's nichts. Guck mal, wer da wohnt. Und gleich mittlerweile schon in unserem Waldstück, ne? Ach, schön. So, jetzt ist die Frage, ist der Baum wieder groß? Ja. Es gibt keine Kräuter bei uns im Wald. Auf jeden Fall ein Pilz. Aber Kräuter gibt's nicht so nah an der Straße, ne? Oh, ich schreck mich noch mal so. Und die Flinte. Das Bögen da ist was. Hier liegt noch der Baum, den ich nicht weggemacht hab. Mal hier. Wir haben. Sehr gerne. Foto und davon. Sag. Sag. Okay. Ja. Das war die Folge für heute. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr weiter rausgefunden habt zu dem neuen Update. Ich weiß nicht, wie es morgen aussieht. Aber wir müssen mal wieder einen Stream machen, oder? Was haltet ihr davon? Vielleicht schaffen wir es am Wochenende. Wir haben ja drei Tage, Wochenende mit inklusive Montag. Und von daher würde ich mich freuen, wenn ihr euch dafür ausspricht. Ansonsten sucht dich einfach weiter, lasst du es. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Euer Steffen. Ciao. Tschau. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020